Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mirror's Edge Und zwar das neue Mirror's Edge Catalyst, aber das wisst ihr ja schon Ich hab's diesmal hingekriegt, das Ganze in Steam zu importieren, denn jetzt kann ich Screenshots machen Mir ist nämlich mit Schrecken aufgefallen, dass Origin das überhaupt nicht unterstützt Und Mirror's Edge selbst auch nicht, ja Also, bekloppterweise gibt es in Mirror's Edge einen Screenshot-Ordner, den man aber nur auf ganz spezielle Weise verwenden kann Und zwar, ich zeig euch das Ähm, man kann hier Äh, mit der Tilde Okay, nein, ich krieg's nicht hin Man kann auf jeden Fall irgendwie eine Konsole öffnen und kann dann einen Programmierbefehl eintippen Welcher dann einen Screenshot macht Dabei hat man aber die Konsole im Screenshot Nicht sehr schön Deswegen musste ich gerade rumbasteln und das in Steam integrieren Aber egal, wir spielen mal los Ich will euch ja nicht die ganze Zeit volllabern, sondern wir sind ja jetzt im Spiel, ne Da ist noch eine Liefermission Aber wir machen jetzt mal mit der Story weiter So Ab geht's Uh, mit abrollen Immer noch etwas krank, leider So langsam hab ich's echt raus hier Sobald du bei Bergman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogan in Angriff Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen Boah, so einen ähnlichen Raum Gab's doch in Ah, ich hab ne Tische Cool So einen ähnlichen Raum gab's doch im ersten Mirror's Edge auch Tauben, natürlich Wie passend für Bergman Was? Einer der ersten Runner in der Stadt und ein alt Ähm Was? Noah hat dich zu Bergman geschickt Einem der ersten Runner in der Stadt und alten Freund Okay, ja Der Satz ist ein bisschen strange, aber stimmt Er hat vermutlich ein paar Aufgaben für dich, die du meistern musst, um dein Können unter Beweis zu stellen Hey, ganz ruhig Lass meine Tür in Frieden Geduld war noch nie deine Stärke, Faith Dachte, du machst ein Nickerchen Das machen doch alte Leute so Pass auf, was du sagst, Faith Ich schätze, mehr als zwei friedliche Jahre sind wohl nicht Ja Ja, ich hab dich ja auch vermisst Noah will, dass ich dich teste Ich hab ihm gesagt, das kann er vergessen Aber ich hab einen Dash für dich Der dürfte als Test genügen Okay, klingt gut Du hattest dein Futter, Kalaiopi Verschwinde Ratten der Lüfte Nie geben sie Ruhe Aber sie sind nützlich Geduld war noch nie deine Stärke Stimmt Deshalb verstehe ich dich auch Und jetzt ab mit dir Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist Schön, dass du zurück bist Netter Kerl Ich nehme an, dass man will, dass du einen Dash bestreitest Und ich kann mir auch vorstellen, welchen Ich bin ihm früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbunden habe Augen geschafft habe Oha Jetzt haben wir ja auch noch Vorerwartungen, oder was? Okay Alles klar Dann hauen wir doch mal rein Und da hoch Äh Ach du Scheiße Versuch es weiter, bis du die im Beat angegebene Zeit unterbieten kannst Das ist heutzutage das Einzige, was irgendjemanden interessiert Okay Aber erstmal nehme ich noch hier so ein bisschen Elektronik mit Wow Nice Oh, was haben wir da? Was hast du mit den Dingen? Ich dokumentiere unsere Weise wie ein Tagebuch Für Avani, wenn sie älter ist Es geht ihr schon viel besser Ja, aber sie ist immer noch schwach Sie wird sich an der Weise nicht abzuhören Die Vorräte sind fast komplett Firebird sucht noch ein Fahrzeug Wir brauchen etwas Zuverlässiges Das stimmt Aber ich fürchte, das wird nicht ganz einfach Vielleicht hilft uns Black November Mit denen hätte ich gerne möglichst wenig zu tun Wir holen die Waffen Das ist mehr als genug Ich sehe meine Frau Warn Wird mir geschafft, wenn wir alles haben Mach ich Okay Was? 18 Millisekunden? Da hat doch jemand gecheatet Oh ha Ha Drei Sterne Jawohl, ja Och guck mal Das war gar nicht so scheiße Oh Top 30% Das ist okay 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 Hier ist eine Dash-Zeit im Beat Faith Gut gemacht Freut mich, dass du es immer noch drauf hast Ein Upgrade-Punkt Nice Das kann ich noch nicht machen Ein Traumaschutz-Unterhemd Gestattet ist, einen weiteren Treffer zu verkraften Das ist natürlich geil Aber ich hätte gerne noch Die schnelle Drehung mit Q Ja Die brauche ich definitiv Hey Faith Ich brauche deine Hilfe Wir konnten gerade mit Mühe und nur Deinen Kruger-Sack-Angriff auf den Beat abwehren Dabei sind jede Menge Daten Über die ganze Stadt verstreut worden Und sie können jetzt durch den Grist Zapf bitte jegliche Leaks an, die du findest Wir setzen die Daten dann wieder zusammen Okay Wo muss ich hin? Oh, da ist noch ein Grid-Leak Wie komme ich da rüber? Da Okay Kehre zu Birdman zurück Ja, das sollte ich tun Äh Ja, das sollte ich tun Wie viele gab es? 40 Ach, 15 Verzeihung Aha Da haben wir noch einen Zack Ja, komm schon So, hier hoch Hier hoch Ich find ja Leitern und Rohre und so Immer total unelegant Gibt es hier eigentlich noch irgendwo Grid-Leaks Nee, aber nur Kasten Ah, hier bin ich das erste Meer gekommen Okay Eine Lieferung Ja, machen wir doch Da bist du ja wieder Denk daran, dass du in dieser Gemeinschaft nur so gut bist wie das Bild, das die Leute von dir haben Wie gut du wirklich bist, spielt dabei keine Rolle Zu dem ich all dieses Getue und aufgeplustere auch ist Es war ein tolles Gefühl, wieder zu rennen Und du hast dich richtig gut geschlagen Eine letzte Sache noch und wir sind fertig Noah hat irgendwas von der Lieferung erzählt Ja, unser täglich Boden Ich habe zufällig ein kleines Paket, das abgeliefert werden muss Du kannst es dort drüben abholen Machen wir das doch Ab geht's Oh, shit So Ich bin voll im Fokus Ich fließe Okay, das ist zu langsam Rohre klettern ist echt zu langsam Ich habe da gerade, glaube ich, ein Gridleak gesehen, aber Es ist keine Zeit dafür Ich habe gerade die Bestätigung erhalten, dass das Paket abgeliefert wurde, Faith Ich würde sagen, du bist so bereit, wie du nur sein kannst Und ja, ich habe jetzt auch ein Beatlink Ich benutze es allerdings so selten wie möglich Man weiß nie, wer mithört So ist es, Birdman, so ist es Sprechen wir nochmal mit Birdman, aber hier gibt es noch ein Standardkit Holen wir uns das erstmal ab Jetzt klingelt es an der Tür Kann jetzt aber nicht rangehen Ach, komm schon Ich habe schon einige von diesen Gridleaks gefunden Das hier ist ein Dash Den will ich ja gar nicht Beherrschen Sie den Hm Ah, hier Ja, nervt mich nicht wegen der Kohle Kriegt ihr ja Und wir sind wieder zu Hause Ist das nicht schön So, was ist das jetzt hier überhaupt Ähm Enthalten Objekte, mit denen du dein Runner Echo im Fortschrittsbildschirm oder dein Runner Tag Anpassen kannst Auf mirrorsedge.com.de.de Und in der Begleit-App Aha Okay Mirrorsedge.com Ja gut, dann mache ich das doch fürs nächste Mal Aber Diese Folge hat sich schon wieder erledigt Es freut mich, dass ihr dabei gewesen seid Ich freue mich auch darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid Und ich, äh, lege mich jetzt hier ab Und werde mal gucken, wie das mit den Emblemen ist Bis zum nächsten Mal Tschüss Jetzt Vielen Dank.